Thierry Disgusting Wir können natürlich nicht bestätigen, ob das wirklich stimmt, also macht es zu Hause bitte nicht nach. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Da steckt eine gute Geschäftsidee drin. Nein, ich möchte nicht im Fernsehen zu sehen sein, ich habe nichts verbrochen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Rufbrick, der 12. November war das Sendedatum dieser Mail-Nachrichten.